Willkommen auf Bala Casino. Wir sind hier auf Casino Club. Ich habe noch mal eingezahlt, um einen Abonnenten-Wunsch zu erfüllen. Und zwar Johnny die Kelle hat am 13.26 geschrieben, was zockst du denn mal für einen Scheiß? Zock doch mal hier die, 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 die Spiele. So und jetzt sind wir gerade bei seinem Wunsch Joker Pro. Ich muss auch ein bisschen was zocken, was Casino Club dann hat. Und für das andere werde ich vielleicht noch mal hier raus suchen, dass ich das dann auf anderen Casinos noch mal für ihn spiele. Aber jetzt sind wir erst mal, wie gesagt, bei Joker Pro. Das haben wir hier. 1 Satz 10 Cent Ebene. Ja, Münzwert, ne? Spielen wir mal locker auf 1 Euro. Boah, schauen wir mal, was kommt, Leute. Ach so, und wenn ihr mich unterstützen wollt, also so wie Johnny irgendwelche Wünsche habt, wäre es natürlich auch cool in der Beschreibung. Könnt ihr auch gerne eine Spende mal da lassen, über TibiStream am Besten, oder über Paypal. Könnt ihr euch dann auch mal was wünschen, ich meine, ich mache das auch gerne so. Warum sonst ist ja auch die Werbung dann für den Kanal, hier ein paar Videos. Aber ja, auf die Dauer wird es natürlich auch ein bisschen kostspieliger schon. Aber wie gesagt, ein kostenloses Abo, das ist erstmal schon top. Und wenn ihr Bock drauf habt, ganz wichtig, hatte ich bis jetzt noch nie gesagt, ihr könntet es zum Beispiel auch auf Facebook oder wo ihr, sag ich mal, mit den sozialen Medien unterwegs seid, auch mal teilen, dass mal andere in den Genuss kommen, hier dieses Casino mal zu begutachten. Ok, wir fangen einfach mal an. Joker Pro. Junge. Noch nie gespielt, das Ding. Ok. Keine Ahnung von nix, aber 20 Euro. Ja, darum nicht, Leute. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Das Ding spaced auf jeden Fall. Ordentlicher Ablaube. Aber ich werde nicht mehr hier so ein bisschen kleiner machen. Ich bin nicht so wichtig, wie gesagt, das Spiel ist erst mal wichtig. Dass ihr doch gut sehen könnt. Oh, aber schade Leute. Das wäre bestimmt geil gewesen. Schönes Bahnzeichen. Unglaublich sehr richtig Augen verblitzen bei dem Game. So voll hell und dann so voll die extreme Rotation. Wir schauen mal. Na, wir haben hier gleich wieder Autopwart. Oh, unser Geo-Inni hat er gleich wieder Autopwart. 1 Uhr ist schon heftig, aber dann will ich auch was gewinnen. Oh Mann, das ist ein Horkarier. Sticky Wild, das ist schon super, das Ding. Oha, zweimal weiter. 250, also 15 Euro, ok. Geht weiter. Ok. Die Gewalt ist schon mal ganz satt. Oha, Leute. Was tut es? 57 Euro? Junge, Johnny die Kelle, sag ich dir. Guter Mann. Ohne Scheiß, also da kannst du nicht meckern, Leute. Aber wie gesagt, wir schauen mal, was weiter kommt. Ich denke schon ein bisschen Munition. Also die 2 ist immer am Eis sozusagen. Ich könnte wahrscheinlich so auch mal geben, aber schwer anscheinend. Wenn ich aber kurz in hier noch mal sieht, welches das auch nicht so gut ist, Dann gehen wir mal an. Es funktioniert vorbei. Da habe ich ein bisschen Besteuer. Ja, da kann ich nicht gerne etwas zu tun. Da ist ein bisschen mehr Modell. Da ist das. Da ist das. Ah, das stimmt. Okay. Am besten, wenn die Sticky Wahl kommt. Aber das ist echt am besten. Das fliegt es gut weg dann. Mega viele Kleingewinde gibt es hier jetzt einfach nicht, also bis jetzt jedenfalls. Und jetzt kommt die Sticky Wahl. Und jetzt kommt die Sticky Wahl. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, Sticky Wild nochmal wieder, sehr geil übrigens das Feature, also ja, oh ja, schön weiter in der Mitte, komm da geht noch, mach mal links an, rüber noch, oh, okay Leute, Hauptsache Wild, egal wo, passt, Kommt da nochmal, ah, okay, das muss, Ohr Nummer 42, Ohr, passt, Achso, ähm, ich hatte ja mit 400 angefangen und von den 400 sind die ersten 200, äh, Rino Money und die zweiten 200, wenn man dann, äh, da reinkommen würde, wäre Boris. Aber jetzt war auch Nick, wir wären weit entfernt vom Bonus, ne, ah, schade, da haben alle nicht verlingert, also das geht durchaus auch, das geht durchaus auch, äh, durchaus auch, auch, oh Gott. Ich würde es ja noch reizen, dass es ja noch vier Öl, weil es da macht, ne? Ja, drei hatten wir jetzt nur, also auch vier geht, ja, bisschen voller Hütte, so, ne? Das ist ja natürlich geil. Ich glaube, wir können aber noch richtig zahlen. Also Leute, ich gucke noch mal kurz, was ist denn das hier, das, topsymbolisch. Also der Diamant, der Diamant, der Diamant, den hatten wir, aber ich war mal schon mal, schau mal. Alter, der Diamant ist zirft und wo man dann die sieben, dann war man locker. Okay. So, schade. So, wir brauchen einen Diamant, Leute. Oh, ne, gut, ging so eine schöne Glocken, ne, jetzt auch nichts. Also, dann wäre ich der Letzte, der sich dagegen verwehren kann. Oh, Gott, also, ich schade. So, ich schmecke jetzt nicht mehr schön. Oh, Gott. Geht noch mal los, geht noch mal los, Leute. Komm, geht noch mal wild. Schade, schade, schade. 50 Cent, ja, gut. Kann mal was passieren, ne? Chade, schade, 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 schade! Chade, schade, schade! Geht! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jawohl Leute, das war die Chance. Leid das Feature, also das Feature ist gut, muss ich sagen. Ich kann es nicht mehr ganz machen, na schade. Aber nicht ganz voll. Das ist schon echt interessant hier, da ist wieder aufgekommen. Ja, in der End, die machen auch noch ganz gute Sachen. Also das ist schon... Oh! Oh! Da wollen wir mal sehen. Er hat ja noch ein paar andere Spiele hier geäußert. Wir gucken nochmal jetzt, bis zum nächsten Bonus Feature hier. Dann wollen wir auch nochmal das Spiel wechseln würde. Obwohl, das ist schon sehr nass, ihr das seht. Kann das kommen, ne? Oh, das ist schon sehr nass. Oh, das ist schon sehr nass. Oh, das ist schon sehr nass. Es ist ein Spiel. Es ist auch ein Spiel. Der Spiel in Lynn. Entweder der Spiele, oder er versteckt euch. O, das ist ja nass. Es ist ein Spiel. Oh, das ist schon soignal. Setz nicht zu sehen. Ich habe etwasiesen. Oh, das ist die Gang Ungeheiten. Ja Jetzt fällt er erstmal wieder Verlustphase Schön 10 Euro eben das war auch wirklich das höchste, ohne dieses die Gewalt zu haben Ich zieh mir noch eine Zelda rein hier Leute Schwimmschluck Zelda Nach dem heftigen Wochenende Ich will ein bisschen Wasser trinken Das kommt uns zur Art Jetzt nimmt er wieder raumtlich Ruf sie wieder weg Aber bin ja noch So ein bisschen drüber Ah ja Ja. Ich würde ein Sticky-Hurge sagen, das wäre es für uns. Ja, ich denke mal wieder ein Feature machen und machen dann. Machen wir Schluss und wechsel mal, da ist es schon. So komm Junge, ich zahl nochmal. Komm, stick nochmal. Wieder nicht. 1 Euro schickt dann mal aus. Tja. Ach Gott, 1 Euro, ich hab jetzt das wieder aufgenommen. Ok, er ist nochmal da. Das war die Chance. Ich wollte euch locken, aber kein... ...weiter bekommen, oder? Ist das nochmal schwach jetzt? Oh Gott. Marble. 4 Euro. So. Aber so ein Glück am Anfang, wo er gestickt hat. Dreimal weiter. Ich dachte, geht immer so weiter. So. Boah, schönes Ding. So. 17 Euro, das ist der höchste Gewinn jetzt. Oh, das ist Digi-Wall. Vorher war 11, jetzt 17. Kann man mal. Da ist er nochmal. So, komm mein Freund. Jetzt noch einmal. Diamanten. Oh, 2. Ganz stark Leute. Ganz stark. Schön, da wäre nach einander gewesen, aber... So, und jetzt da oben rechts Diamanten rein. Komm. Jawoll Leute. Schönes Ding. Hört es mal sehen. Das ist nur eine Reihe, aber... Diamant ist top Symbol, oder? Das kann aber durchaus gehen nochmal. 60 Euro. Kannst nicht meckern Leute. Na. Jetzt haben wir noch mehr Hexen vorgeschlagen. Das war aber ganz gut, dass ich noch ein paar Drehs gemacht hatte. Also ganz nice noch. So Leute. An dieser Stelle machen wir jetzt mal Schluss. Wechseln nochmal das Spiel. Wie gesagt, es werden noch andere Wünsche. Punkt getan von Jonny. Erstmal an dieser Stelle herzlichen Dank. Auf jeden Fall für deine Beteiligung. Deinen Wunsch. Und ich hoffe, ich habe ihn zufriedenstellend erfüllt. Also mir hat es auf jeden Fall gefallen. Das war schon top. Und falls ihr noch einen Wunsch habt. Lasst ein Abo da. Lasst einen Daumen da. Empfehlt mich weiter. Teilt das auf Facebook. Und auf Twitter. Oder wo ihr unterwegs seid. Und ja, lasst auch wie gesagt gerne einen Abonnentenwunsch da. Dem ich dann mal nachkommen kann. Wenn ihr Bock habt, dann unterstützt mich. Dann spendet was. Als Erster hat noch keiner was gespendet. Aber das ist auch nicht schlimm Leute. Das passt schon. Aber die Möglichkeit wollt ihr euch natürlich trotzdem offen lassen. Ich bedanke mich für eurer Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Mal Leute.